Ich begrüsse Sie zu dieser kurzen Mitteilung an diesem dritten Invasionstag Russland in der Ukraine, an diesem 26. Februar 2022, mit einer dringenden Mitteilung, mit einer Aufforderung. Man kann jetzt immer noch das völlig unnötige Leid beenden, das dort geschieht. Man hätte schon länger dem Herrn Putin mal wirklich zuhören sollen. Nicht einfach, sobald einem etwas, was ein bisschen schmerzhafter ist, nicht passt, dann heisst es einfach, der Herr sei wahnhaft. Steht heute in einem der ersten Sätze auf der Frontseite des CH-Media-Arms Luzerne-Zeitung von einem Patrick Müller. Der darf dort in einem der ersten Sätze den Herrn als wahnhaft agierend runterkanzeln. Meint man, man könne mit so jemandem dann noch ein anständiges Wort wechseln. Die Kränkungen werden ja nur noch weiter fortgesetzt. Ja, ich denke schon, man kann mit dem Herrn vernünftig reden. Es gibt Leute, die verstehen, was da vor sich geht. Schauen Sie zum Beispiel den Sicherheitsexperten Zock von der ETH, der versteht etwas davon. Oder schauen Sie Christoph Franzen, diese Stimmen werden nicht gehört. Ich würde grundsätzlich davor warnen, Putin als wahnsinnig zu bezeichnen, als irrational. Es ist einfach hier eine ganz andere Rationalität. Putin will diese Ukraine unbedingt zurück. Er will das seit 20 Jahren. Er will verhindern, dass sie nach Westen abdriftet. Er hat es mit verschiedenen Sachen versucht, mit Geld, mit Druck, mit Erpressung. Jetzt ist das letzte Mittel die russische Armee. Und die russische Armee ist in dieser militarisierten Gesellschaft, wie wir sie heute haben, ein ganz zentrales Instrument der Politik. Wir sind in Europa gewohnt seit Jahrzehnten, dass wir eine rechtsbasierte Beziehung haben zwischen den Ländern. Dass Probleme im Dialog gelöst werden. Hier haben wir jetzt einen Präsidenten, der sagt, ich habe eine starke Armee. Ich bin bereit, diese einzusetzen. Das ist eine Realität, mit der müssen wir uns jetzt irgendwie zurechtfinden. Und auch einige in der Schweiz verstehen es, die auch von CH-Media mundtot gemacht würden. Wir kennen das. Das ist so eine der Eigenarten dieses angeblichen Qualitätsmediums. Man hat sogar gesagt, man solle die Kommission, die aussenpolitische Kommission, die präsidiert auflöte, es sei das unnötigste Organ in der Schweiz, oder? Hätte man mal das einmal zur Kenntnis genommen. Also, das ist der Herr Franz Grüter, der gesagt hat, man müsse halt die Forderungen von Putin auch mal ernst nehmen, oder? Und ja, man hat einfach immer nur dagegen argumentiert und hat einfach dann wirklich halt alles dazu beigetragen, dass das jetzt heute so vorliegt. Und die machen genau weiter so, oder? Jetzt, gut, ich meine, was Amerika macht mit diesen Sanktionen, ich glaube, das muss ich dann anschliessend dann noch behandeln, oder? Ich glaube schon, dass es einfach richtig ist, diese grossen Machtblöcke jetzt einmal, ja, ich mache sie jetzt gerade, oder? Ich meine, was läuft, ist einfach ein Spiel der Dominanz, oder? Also, der Stärkere, das Stärkere, das gibt einfach den Ton an, oder? Das ist einfach die Realität, oder? Meine, China ist ja da nicht anders und Putin ist da nicht anders, oder? Und da ist, ich denke, auch der Westen grundsätzlich nicht anders, obwohl die intern natürlich andere Spielregeln haben. Das muss ich Ihnen ja nicht erklären, oder? Aber das Stärkere gibt einfach den Ton an, oder? Und das muss man einfach schauen, wo gehen die Linien durch? Und dann technologisch braucht es eben meines Erachtens diese Bereinigung, dass man sagt, ja, aber wenn du sagst, du bist der Stärkere, wir schauen dann auch noch, ob es wirklich, wie es dann genau herauskommt, auch noch. Dann musst du aber auch, dann erhältst du auch unsere Hilfe nicht mehr, oder? Das heisst, die entscheidenden Technologien darf man natürlich dort nicht mehr hineinvermitteln. Das gehört dann schon auch dazu, sonst ist man dann wirklich selber auch dumm. Ich denke, diese Bereinigung, die läuft von Amerika her. Das ist, glaube ich, sehr sinnvoll, oder? Aber wenn ich jetzt wieder zurückkomme auf die Ukraine im Moment, was läuft jetzt dort, ist einfach ein Schauerspiel, das ein kleiner Schwacher meint. Ich sage es, wenn wir es für uns vorstellbar nehmen, ein kleiner Schwacher meint, er müsse sich gegen eine Übermacht von Polizisten zur Wehr setzen. So, kann man sich so vorstellen. Und der kleine Schwache, der kann dem Polizisten schon auch noch Schmerzen zufügen, im Moment noch, oder? Er kann auch noch töten auf der anderen Seite, oder? Aber der Starke wird sich durchsetzen. Er kann sich vorstellen, wie der Auftrag der Polizei diesen Zugriff auszuführen und den Herrn dann bei uns erst vor das Gericht zu stellen, oder? Und der Selensky im Moment, und die, die jetzt meinen, sie seien jetzt dort die Hellen, oder? Oder wenn sie sich gegen die Übermacht auflehnen und Widerstand leisten. Die ziehen ja einfach nur alle die Schwachen mit hinunter, oder? Weil ein Krieg, der ist da, der Putin kommt mit der Übermacht. Und ein Krieg hat immer Schwache zum Opfer. Das ist einfach so. Das müssen alle wissen. Man weiss das. Und wenn man schwächer ist, so, in dieser Konstellation, dann muss man sich unterwerfen. Ganz klar, oder? Und ich meine, jetzt wenn man natürlich, ich sage es einfach, wie man da vorgehen kann. Ich denke, man kann, der Putin hat klar auch gesagt, oder was er will, man hat das hören können. Es gab immer noch jene, die dann gesagt haben, ja, der sei wahnhaft. Und solche Dinge eben, Realitätsverlust, sogar von einem Herr Erich Giesling, also hat schon gedacht, hat der Realitätsverlust. Das sind einfach immer nur die westliche, das ist immer nur die westliche Optik, oder? Aber nicht die Stärke sagt, wo es lang geht, oder? Und nur einmal diesen Optikwechsel machen, und dann muss man nicht das Schlimmste befürchten. Ich glaube, ich glaube jetzt selber, dass Putin sich selber nicht vernichten will, oder? Und er weiss, dass, wenn man diese schlimmsten Dinge da anrühren würde, dass das der Fall wäre. Also da ist er rational. Und das heisst, es werden sich diese Machtblöcke bilden, und dass wir diese Grenzziehung jetzt möglichst ohne weitere Opfer vollziehen können. Es tut mir leid, die Ukraine. Ja, weshalb hat sie sich denn nicht angeschlossen bei den anderen, die in die NATO gegangen sind? Sie ist eben doch historisch, und historisch ist eben auch eine Tatsache. Man kann nicht einfach nur jetzt schnell eine, meinen, man gründe jetzt eine Demokratie, und dann ticken die ganze Welt dann anders. Das geht einfach auch nicht, oder? Also, wir wissen, die haben eine enge Geschichte, und es gibt eben auch ein Empfinden für andere, die zum gleichen Volk gehören. Das gibt es eben schon auch, vor allem hat der Herzog auch gesagt. Er kenne kaum eine Familie, ich bin jetzt nicht einmal sicher, ob in der Ukraine oder in Russland, die nicht Verwandte im anderen Land haben, oder? Und wenn man jetzt zuschauen müsste, wie ein solches Land mit den Verwandten da, dann auf die andere Seite wieder eines eisernen Vorhanges rutschen würde, dann ist das, denke ich, doch schlimmer, oder? Und deshalb ist das schon auch eine Gefühlssache, oder? Darf man auch einem Herr Putin zugestehen, oder? Und dass man halt sagt, der Vorschlag ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, also, man muss dann noch schauen, ob er das wirklich auch so verwirklichen würde.